Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Tumblr Leuchtschrift machen könnt. Ganz einfach und ohne viel Geld. Und ja, wenn ihr das sehen wollt, dann würde ich sagen, fangen wir an. Wir brauchen Draht. Ich habe blauen Draht verwendet, weil meine Schnur blau ist. Kabelbinder, einen Stift, Papier und das Wichtigste, diese LED-Leuchtschnur. Als allererstes habe ich nach Inspirationen gesucht. Zwar habe ich in Google LED-Leuchtschrift eingegeben und bin auch schnell fündig geworden. Dann habe ich mehrere Blätter nebeneinander gelegt und habe darauf Dream geschrieben. Das habe ich dann mit dem blauen Draht nachgezogen und mit Kabelbinder etwas befestigt. So sollte das dann aussehen. Und dann habe ich die Leuchtschnur genommen und habe sie mit den Kabelbindern um die Schrift befestigt. Und ja, dann hat das letztendlich so ausgesehen.